Grüß euch, herzlich willkommen zu Lust auf Fit, vierte Episode. Ihr seid weiterhin dabei, ein super Zeichen, das freut mich. Heute geht es um die Rückseite des Beines. Ich zeige euch eine Mobilisationsübung, um da richtig bewegungsfrei zu werden. Die Mobilisationsübung heißt Rückseite, Bein. An meiner Seite, wie immer, den kennt ihr ja schon, der Profi in unserer Sendung, Andreas Freudensprung, mein Physiotherapeut. Servus, Andi. Servus, Roman. Grüß euch. So, wir beginnen einmal. Ihr braucht dazu eine Unterlage, wieder gemütlich. Matte wäre optimal. Und ein Resistance-Band, Widerstands-Band. Geht auch mit einem Handtuch sehr, sehr gut daheim. Roman, bitte auf den Rücken legen. Das ist eine super Position für dich. Das ist richtig gut. So, zu Beginn der Übung. Roman, das Band um den Fuß herum. Ich würde ja mittig bleiben. Das ist eine zentrale Position. Auch, um hier nicht zu viel Zug auf das Nervensystem zu bringen. So, fangst du mal an, bitte Roman, das Bein zu strecken. Genau, ganz locker, ganz gemütlich und wieder beugen. Bleibt dynamisch. Ja, nicht zu fest, gleich am Anfang, nicht zu intensiv. Wiederum dem Gewebe Zeit geben, hier sich an die neue Position zu gewöhnen. So, acht bis zehnmal circa. Ganz ruhig atmen. Wieder auf unserer Schmerzkala. Null ist nix, zehn ist am schlimmsten. Bei vier, fünf bleiben wir circa. Ja, Roman, kannst du noch tief einatmen? Müsste gehen. Ja, dann bist du safe. Sehr gut. Dann ist alles richtig. So, wenn wir jetzt hier eine gute Restriktion gefunden haben, beziehungsweise hier eine Verhärtung irgendwo spüren, dann bleib einmal da, bitte. Dust einmal tief einatmen und dann mit der Ausatmung sechs bis acht Sekunden in der Position bleiben. Das Ganze klein noch einmal, kurz aus der Drehnung rausgehen und noch einmal wieder strecken. Fest drinnen bleiben, bleibt drinnen. Kannst du auch noch hier ein bisschen herziehen, das Ganze. Sehr gut. Und wieder locker lassen, genau. Alles okay soweit? Alles gut. Super. Um die inneren Anteile hier zu bekommen, lässt sich das Bein ein bisschen nach außen fallen. Ja, auch hier wiederum beginnen. Zuerst dynamisch strecken. Sehr gut. Jetzt haben wir auch den inneren Anteil richtig dabei. Fest strecken, genau. Wunderbar. Wenn du hier wirklich eine harte Verspannung spürst, auch wiederum länger bleiben, aktiv halten mit der Contract Relax Methode. Vier Sekunden einatmen, anspannen, vier Sekunden halten, acht Sekunden ausatmen und entspannen. Wunderbar. Und wieder weiter. Genau dasselbe ist möglich mit der Außenseite. Lass das Bein auf die andere Seite bitte fallen. Und wieder zuerst ein paar Mal. Super. Das Ganze circa zwei bis drei Minuten. Ich bin eher so auf drei Minuten. Habt es ein bisschen bessere Wirkung. Dreimal die Woche. Coole Sache. Viel Spaß dabei. Super. So. Weltklasse. Meine Beinrückseite ist top mobilisiert. Freue mich auf die nächste Sendung. Seid dabei und viel Spaß beim Sporteln. Liebe Grüße. Beinrückseite ist.